Guten Tag, Frau Merkel. Ich freue mich, Sie zu sehen, Frau Merkel. Wolltest du sagen, dass du dich freust, ja? Ja, ich habe das schon gerade gesagt. Okay, du hast aber schon gut Deutsch gelernt. Ich weiß, Alter. Sprichst du auch manchmal Deutsch? Ja, ich spreche mit meinem Papa. Mit deinem Papa sprichst du Deutsch. Das ist aber schon ganz gut. Und ist deine Mama auch da? Nee. Nee. Dann aber übe mal weiter. Nee. Darf ich Sie anfassen, Frau Merkel? Mhm. Na, komm her. Oh ja, Frau Merkel.